Hallo zusammen, mein Name ist Nils, ich bin 23 und mache die Zusatzlehre zum Landschaftsgärtner bei Bechler & Güttinger. Bechler & Güttinger ist eine der geregsten und erfolgreichsten Gartenbaufirmen in der Schweiz. Ein schöner Aspekt in meinem Beruf ist das Arbeiten mit vielen verschiedenen Maschinen von klein bis gross. Hallo zusammen, ich bin Silvan, ich bin 21, ich habe meine Lehre als Landschaftsgärtner erfolgreich verstanden. Der Gartenbau ist ein grosses Fachgebiet in unserem Beruf. Ich erledige, arbeite, von Plattenlegen, Aushub, Abbau bis zu Natursteinbearbeitung und noch vieles mehr. Hallo, ich bin Silvan, ich bin 24, ich habe auch die letzte Jahre bei Bechler & Güttinger als Landschaftsgärtner angefangen. Im Moment bin ich in der Abteilung Unterhalt tätig. Meine Aufgabe ist, das Garten von unseren Kunden zu pflegen. Wir bleiben stets freundlich und die Beratung ist professionell. Mit diesem Verhalten gewinnen wir das Vertrauen der Kunden und haben so die Voraussetzung, eine langjährige Beziehung zu pflegen. Wir organisieren einmal pro Monat eine halbtägige Samstagsschulung und im Monat Januar eine drei- bis vierwöchige Winterschulung. Falls wir dir eine Neugierung gemacht, bewirbt ich mich heute für die Lehrstelle. Wir freuen uns und bis bald. Wir freuen uns und bis bald.